Als Vier-Kaiser-Jahr wird das Jahr 69 N. Chr. bezeichnet. In diesem Jahr erhoben Galba, der seit 68 als Nachfolger Neros regierte A. A. Vitellius und Vespasian Anspruch auf die Kaiserwürde im Römischen Reich. Schließlich konnte sich Vespasian durchsetzen, der die neue Dynastie der Flavir begründete. Die Kaiser des Vier-Kaiser-Jahres Am 3. April 68 ließ sich Galba, der Stadthalter der Provinz Hispania Tarakonensis in Katagonova zum Kaiser ausrufen. Der Senat in Rom bestätigte Galba und erklärte Nero zum Staatsfeind, worauf dieser Suizid beging. Als Kaiser versuchte Galba von Nero verschenkte Gelder in Höhe von 2,2 Milliarden Sesterzen zurückzuerlangen. Dies brachte, zusammen mit der Korruptheit mehrerer seiner neu eingesetzten Beamten, Soldaten und Volk gegen ihn auf. Da er sich auch bei den Truppen der römischen Rhein-Armee unbeliebt machte, wurde am 2. Januar 69 der Stadthalter Vitellius in Köln von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen. Auf die Nachricht von diesem Aufstand adoptierte Galba am 10. Januar Lucius Calpunius Piso Frugilicinianus und bestimmte ihn damit zum künftigen Nachfolger, womit er sich gegen A.A. entschied, der sich als einer seiner prominentesten Anhänger Hoffnungen gemacht hatte. Daraufhin brachte A.A. die Praetorianer-Garde durch Bestechung dazu, ihn am 15. Januar 69 zum Kaiser auszurufen. Am selben Tag wurde A.A. vom Senat und bald darauf in den meisten Provinzen anerkannt. Die Aufständischen töteten Galba und Calpunius Piso auf dem Forum. Während A.A. zunächst in Italien unangefochten herrschte und auch von den Donau-Legionen anerkannt wurde, dauerte der schon vor seiner Erhebung begonnene Aufstand der Rhein-Armee an, die Vitellius erhoben hatte. Die Stadthalter in Gallien, Britannien und Hispanien schlossen sich diesem Aufstand an. Die Truppen des Vitellius rückten in Italien ein, bevor A.A. Unterstützung aus dem Donauraum mobilisieren konnte. Am 14. April unterlag A.A.s Armee in der ersten Schlacht von Bedriakum. A.A. tötete sich am übernächsten Tag. Am 19. April erkannte der Senat Vitellius als Kaiser an, doch zog der neue Herrscher erst am 18. Juli in Rom ein. In den östlichen Provinzen wurde Vitellius zunächst formal anerkannt, stieß aber auf große Vorbehalte. Im Osten des Reichs war der Feldherr Vespasian schon von Nero mit der Führung des Jüdischen Krieges beauftragt worden. Daher stand er in Judäa an der Spitze einer starken Streitmacht. Nach dem Tod Neros konnte er als neuer Herrscher in Betracht kommen und dachte wohl schon früh daran, die Macht zu übernehmen. Wartete aber zunächst ab und erkannte Galba und dann auch Vitellius an. Nachdem schon im April 69 die drei mösischen Legionen eine Kaiserwahl beabsichtigt hatten, wurde Vespasian am 1. Juli 69 in Alexandria von den dortigen Truppen zum Kaiser erhoben. Er hatte sich zuvor bereits die Unterstützung des Stadthalters von Syrien, Gaius Licinius Mokianus, gesichert. Bald erklärten sich insgesamt 15 Legionen für Vespasian, insbesondere die Donau-Legionen. Während diese Truppen nach Westen vordrangen, blieb er selbst im Orient. Vitellius unternahm keine Gegenoffensive, sondern verhielt sich lange passiv. So konnten Truppen Vespasians unter der Führung des Feldherrn Marcus Antonius Primus mühelos in Italien eindringen, woraufhin manche bisherigen Anhänger Vitellius die Front wechselten. Am 24. und 25. Oktober 69 kam es zur Entscheidungsschlacht, wiederum bei Bedriakum. Antonius Primus besiegte die Streitmacht des Vitellius. Große Teile der Truppen des Vitellius ergaben sich am 17. Dezember. Nach den Verhandlungen über eine Abdankung des Vitellius, der angeblich zum Verzicht auf die Kaiserwürde bereit war, am Widerstand seiner Anhänger gescheitert waren, kam es am 20. Dezember 69 zu einem sehr blutigen Kampf um Rom. Während sich die fleffischen Truppen der Stadt nährten, verschanzten sich Vespasians Anhänger in Rom auf dem Kapitol, das aber von den Vitellianern eingenommen werden konnte. Dabei brannten die Tempel auf dem Hügel nieder. Nach der Erstürmung der Stadt durch die Flavir wurde Vitellius gefangen und getötet. Am 21. Dezember 69 wurde Vespasian vom Senat als Kaiser anerkannt. Eine Lex de Imperio Vespasiani übertrug ihm offiziell alle Vollmachten eines Prinzeps und erklärte zugleich alle Taten seiner Anhänger während des Bürgerkrieges willegal. Vespasian konnte sich nun im ganzen Reich durchsetzen, doch traf er erst im Oktober 70 in Rom ein. Mit ihm begann die Dynastie der Flavir. Plätschern wurde Vespasian vom Viertebetz ins